Hallo zusammen, ich mache ja am Let's Play Pokerturnier mit, was am 23.03. um 18 Uhr stattfindet. Das Ganze könnt ihr auf meinem Video sehen. Und falls ich gewinnen sollte, dann gibt es dort ein Preisgeld von 2.000 Euro zu gewinnen. Und das wird dann gespendet, weil das ist so eine Art Charity-Aktion. Und ich würde es an das Eichen-Noah-Projekt von Gelsenkirchen spenden. Das ist so eine Einrichtung für schwerstbehinderte Kinder. Und ich denke, die können das Geld sehr gut gebrauchen. Alles weitere findet ihr in der Videobeschreibung. Und ansonsten schaltet ein. Tschö!